Heute steht das erste Tourkonzert an, der 24-1-Tour. Ich mache mir in die Hose und jetzt gerade schminke ich mich. Ich weiß nur noch nicht so ganz, wie ich mich schminke, weil ich ehrlich gesagt weiß nur nicht so ganz, welches Outfit ich anziehe. Gleiches Soundcheck, die Jungs sind schon ordentlich dabei und ich komme dann später dazu. Aufgeregt? Sehr. Der Spring des Zeits her, dann wäre es nicht schön. Auch der Schärfe Weg, das Röder für Glöpfen steht. Grüechen. It's a brand new day. Welcome to my crib. Warte mal den Bus sehen. Also, hier ist der Bus, ich sagst du zuerst, oh, das wird total durchgespritzt. Hier schlaf ich, witzig. Hier chillen wir immer, Freunde, hier ist meine Brille, bereit für den Partyabend heute Nacht. Danke übrigens dafür. Hier könnten wir Playstation spielen, theoretisch gesehen. Hier wird immer schön Kaffee getrunken, Drinks gemischt für die über 18-Jährigen. Dann beste Schublade ever, Snack-Schublade. Wie geil kann das jetzt sein? Da sind Fabien. Und wenn man hinten durchgeht, hier wird immer schnell Mario Kart gezockt, wo ich alle abzoggele. Ich bin definitiv die Beste hier. Würde man durch die andere Tür gehen, kommen wir noch zu anderen Chorien und zu unserem Zimmer, aber das zeig ich jetzt nicht. Auch. Das war geplant. Der Tag geht jetzt los. 3, 2, 1, let's go! Du sagst, ich soll es so machen wie du. Karriere nicht zu Hause, doch im Garten und Pool. Wenn das Glück ist, will ich niemals glücklich sein. Ich lauf durchs leere Zimmer und ich fühl mich allein. Du sagst, denk an deine Zukunft zu sparen. Dann brauchst du später mal keine Miete mehr zahlen. Wenn das Glück ist, will ich niemals glücklich sein. Deine Mama ist gegangen und du wirst an eine Art. Wenn das Glück ist, will ich nicht in den Mund lassen, dann wird dich auf der Zunge zergehen lassen. Nicht runterschrücken. Aber am Ende schrücken wir schon runter. Ja, natürlich. Am Ende musst du immer runter schrücken. Am Ende musst du immer runter schrücken. Lachen wir schon, ich warte für dich in den Mund. Heute Frankfurt, Show Nummer 10. Uhu. Ich dachte Sängerin werden. Au. Ich dachte, die Tür geht einfach auf. Ich liebe meinen Hund, meinen Freund, alle die mir lieb sind. Let's go. Ich liebe meinen Hund, meinen Hund, mich nicht in den Mund. Und ich liebe ihn. Dankeschön, Köln, für diese wunderbare Tour. Hab euch ganz erliebt! Dankeschön! Bis zum nächsten Mal, Leute! Kommt gut nach Hause. Kai Rottmann mein Name. Ich bin der Blackliner tatsächlich. Der Lina Turo mal wieder. Auch ich werde da sein. Im Hintergrund. Man wird mich nicht sehen können. Das bin ich. Tschüss, guten Abend.